Okay, im Restaurant ist alles okay. Okay, im Restaurant ist alles okay, im Restaurant ist alles okay, im Restaurant ist alles okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lenny, kannst du mich anrufen oder ich rufe dich jetzt an, okay? Weil du hast mir gestern versprochen. Ruf mich an, bitte Lenny, oder ich mache es. Ich habe mich anrufen, aber ich habe mich anrufen. Ich habe Dschungel-Jay gestern bekommen. Ich habe gestern Dschungel-Jay bekommen als Lego. Wallah, der zieht mich jemand von Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann, Wallah. Das ist ein Schraub, was? Nein, jemand zieht mit mir. Eigentlich darf man das nicht. Ich brauche eine Waffe, dass ich ihn kämen kann. Ich habe Killer-Küken rekrutiert. Nein, du Hurensohn hat mich gekillt, Wallah. Willst du zugucken, Lenny? Ja, tanze doch, du Hurensohn. Warte, ich komme gleich. Ich zeig dir kurz meinen Jay. 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 Wir haben gestern den fünften Teil von Harry Potter und den sechsten Teil geguckt. Bei uns haben wir so viele Harry-Potter-Filme und Serien. Sehst du was? Ja. Du musst aber was besser sehen. Warte, ich muss kurz meinen Tisch und den Stuhl umdrehen, dass du besser sehen kannst. So ist perfekt. Moment, jetzt kannst du... Warum? So ist perfekt. Nein, du siehst gar nicht. So? Ja. Du siehst aber fast gar nichts. Nee, nee, warte Lenny. Ja, wegen der Tischkante. Ähm, der Stuhlkante. Das war schon jetzt. Warte, ich weiß nicht, was jetzt war's. Jetzt hol's mit meiner Uhr. Sag, sag, sag… Ach, sag, sag. Ach, sag, sag... Warte, siehst du jetzt was? Lenny? Ja? Ist es so gut? Ja. Ich mach vielleicht jetzt die Musik. Ne, das ist ein Achtung. Das ist doch ein Achtung im Kiln. Scheiße. Geht du nach Hause? Boah, ich zocke gleich mit nem Freund GTA. Ich lade ihn mal in die Party ein. Oftmal. Ich hab zwei Türken als Freund, aber er ist auch ein Türke. Und Deutsche meine ich. Umut? Hey Bro. Umut. Ja? Was geht? Wollen wir gleich GTA zocken, ne? Wollen wir dann wieder Mission machen, ne? Äh, ich hab keine Mission mehr. Ich kann jetzt direkt starten. Vielleicht scheint es auch keine Mission mehr. Ja. Ja, aber ich kann... Wer ist das, ähm... Noch mal von vorne machen? Äh, was? Kannst du noch mal von vorne machen, die Mission? Nein, aber, äh, wer ist das? Ich kann den, äh, Rockwaffe jetzt starten. Okay, ähm... Ich komm gleich GTA nach der ersten Runde, weil mein... meine Klasskamera guckt mir geradezu, weil wir machen gerade Videochats. Okay. Okay. Shit! Warte, ich mach jetzt den ewigen Sieg für dich, Umut, und für meinen Freund Lenny. Lenny, bist du noch da? Okay, gut. Ich, ich drehe gerade bei Glücksrad. Komm, genau so, komm, genau so, komm, genau so. Komm schon, eine Spast will ich haben. Och, Digger, Kleidung, wer braucht Kleidung, Mann. Niemand. Komm. Ich hab jetzt schon Polizei-Outfits. Oh, fang, ich bin am Arsch, einmal nach oben. Oh, oh, oh. Oh, ich bin gut aufgerüstet. Okay, ganz genau. Ich brauch schon mal die Mission. Oh, 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 oh. Ich werde auch geschossen für einen Hut und hab sie mir gezeigt gekillt. Warte, ich komme jetzt. Ich muss gerade gerade warten. Lenny? Ich sehe dich nicht. Ah, ich bin nur 200. Mission geschafft. Nur 202.000 dp? Je Hurensinnahme-Erweisung. Legg mich doch am Arsch, Mensch. Kannst mich sonst irgendwo mal scheiß Epic Games? Kleiner Hurensinnahme-Erweisung. Lenni, ich hab einen Killed schonmal. Kleiner Hurensinnahme, du kannst mich nicht von mir rechnen. Hab ihn wieder gekillt. Oh, eine Skull! Lenni, ich hab eine seltenste Waffe. Samm. So, ich stelle bei mir. Werte halt. Wie viele Bäume dann kaputt machen werden? Eins von zehn. Euch. Oh Mut, bist du wieder da? Ja. Ja. Assalamu alaikum. Digga, dieses Auto. Warte, warte, warte. Schön mal. Ey, ich hab eine Skar. Für einen Gegner. Ey. Ach, ey. Die Auto ist so schratt. Ne, die Auto ist so schratt. Lass, ladst du mich nochmal bei GTA ein? Kannst du dann alleine Sitzung machen, Bro? Ja, mach es. Dass die Banküberfall machen oder Raumüberfall. Warte, ich mach jetzt gerade Raum. Aber ich muss reingehen. Ja. Wann kommst du wieder? Ja, gleich, 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 gleich. Oh, alles böse könnte ich eigentlich machen, aber nicht. Hey, Umut? Ja? Was geht? Was geht? Nix bei dir? Mir geht's auch gut. Der hätte ich die Mission gemacht. Danke für 120 Bahnen. Je, Peser, mein Glatz. Niemand kann meine Bäume. Niemand kann meine Skar klauen. Ich habe ein Wort. Ein Assist. Komm schon, ich brauche irgendeine Mission. Was gibt es da für die Mission? Äh, nö. Das machen wir auch gleich. Und die Tiere, Vater, bei Gelände, Reifen. Boah, ich habe wieder ein bisschen mehr. Und die Fiziere. Der niemand sehe ich dich wieder? Okay. Ey, was ist das jetzt hier noch? Was ist denn los? Ich will wieder ein Fahrzeug haben. Ungefähr. Eben, mein Benz. Wollte ich hier hin? Ich bin mit dem Rissen. Ja, Tisch hat schon mal ein. Ja, lass mich schon mal ein, weil ich mach eigentlich den epischen Sieg. Ich kann mich grad nicht einladen, weil du bist ja im Vortrag dran. Oh, das stimmt. Ja, gleich, oder? Warte, ich komm gleich rein. Okay, Unmut? Ja. Ja. Dann machen wir den Überfall, okay? Hm. Okay, okay? Ja, aber es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Na, sag ich schon. Ich hatte schon Banküberfall fertig und Casinoüberfall. Das war auch nicht leicht, aber wir hatten uns fertig gemacht. Ich hatte eine lange Reisezeit. Ich denke aber mal nicht so viel. Oh, oh. Ein Pfeffer weg, höre ich. Juch, ne? Sauf, komm, ohne. Ja, mein Gegner geklärt, der war zu lost, Mann. Bei ihm hat's gebackt. Was hat der Glück ein Waffen? Oh, der hat eine unnormal, also unnormal reine Waffen. Lenny, der war lost. Der war nur lost. Einfach lost im Chat schreiben. Ich hab nur gute Waffen. Lenny, denkst du, ich mach den Sieg? Oh, Mut, was denkst du? Denkst du, ich mach den Sieg? Na, ich glaub schon. Weil ich immer gute Waffen habe. Ich glaub ja nicht. Eigentlich mach ich den Sieg, weil wenn nur lost ist kommen, dann kann ich den Sieg machen. Sieg haben aber nicht. Wobei, a bum, bäum, bäum, ba. A ba bum. Komm, treff ich. Hab ich getroffen. Ohne, ich schieß nur einmal, guck. Ja. Munitionverschwendung, ich darf nicht mehr Munition verschwenden. gehen, guck. Nein, 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 nein. Waren fünf Metalltreibende. Mam-mah, mitte, brumm. Bah! Lenni, warum bist du wieder in Afrika? Lenni? Du bist wieder in Afrika gelandet. Du! Ich seh dich fast nicht, du bist in Afrika. Ja. Kann ich nicht aufnehmen. Ich kann nicht, wenn ich hier bin. Lenni, was machst du? Vermutlich komm gleich rein, okay? Ja. Ich muss auch die Mission machen, ne? Fiegel-Töffler-Schaden-Zuland. Nimm die Töffler-Waffe mit. Ey, wenn ich jetzt wegen das hier verliere, dann lasse ich aus. Oh, meiner Röse. Digga, ein Pantos. Oha, Digga. Oha! Ja! Lenni, du hast dich gestummt und bedingt. Komm raus, gemacht. Ist klar, ne? Ist klar, ne? Ist klar. Ich hab drei BGs. Bigness. Schickness. Bigness. Ich mach safe den Sieg. Mach wallah, safe den Sieg. Ich bin gut ausgerüstet mit guten Moppen. Ich kenne Fortnite seit drei Jahren. Ich spiele, ich hab PS4 seit zwei oder drei Jahren. Das ist cool. Ich kann den Siegner-Töffler-Nutzer nehmen. ja ich habe gute waffen eines gar zu bekommen ist nicht einfach aber eine spaßt schon nein ich habe ihn noch gekippt wenn ihr heilige makarierinus erst mal ein mini streng 6 scheiße ich bin fast ich brauche noch med medik jetzt ja aber ganz weit weg ganz hinten meine ich heilige makarierinus das war jetzt schwierig der bei ihm wird lang seine ruhe wenn ihr ja alles ok alles ok ich brauche gar keine munition mehr ich habe auch von allen viel munition doch brauche ich doch und mit auch fast gar nichts ich brauche nur ein medkit oder mich brauche ich habe so glück verbände soll ich einfach mal kommen sollen wir da einfach spielen ja kann ein bisschen fort mal zocken ok er hat 15 dinge einfach erst mal wie die 1 gegner jetzt muss die leise sein ich will nicht gekillt werden mal Eleni kann es kurz bis es leise sein Der Wichser will mich killen, aber kann er nicht Aber kleine Wichser Oder du Enzo, du kannst mir nichts tun, verpiss dich Wenn er jetzt von hier kommt, ich f*** ihn Wilder Huren soll mich verarschen, ne? Ich tanze Hab ihn gekillt, der wollte mit mir ziehen, mein Umut Allah mit mir Ich mach den Sieg lang Ich mach mal tatsächlich Lenny guckst du mir zu? Ey, wenn du so weiter machst Nein, ich hab ihn so arg verarscht, ne? Eltern, ich verbiete es dir, wachsen es sind schon gelungen Und hör auf Ich mach den Sieg lang Ich will diese kleine Pässe wegteilen Oh, was ist das für ein Teelan? Ich muss ruhig Ich ess gleich Ich will Jumot, hier Ich will Jumot, hier Ich will Jumot, hier Ich will Jumot, hier Bye 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 Gott, oder? μπο speccher Nein Mental Ja Lenny Und ich grade Müsli Müsli ich will den sieg machen ich kann mich konzentrieren der macht diesen feuer ziehen was ob er hat der flamme oder was das flammenbogen ich muss abfahren waren jetzt afrika waren sind noch zwei witness kann mich noch schützen waren wenn die was guckst du an neun 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 der hatte zähl ich bin tot lenny und umut ich würde diesen mutter töten und umut du konntest mich auch nicht einladen weil ich mich auf aufgestellt habe weil mich jeder einmal einladet jetzt kann ich mich einladen die schlüpftasche habe ich bekommen ich bin heute level 76 lang und das geht aber ich bin 117 wollen wir auch immer machen machen auch immer die so viel aber 964 punkte war minus 10 hier wartet schweiz Lenni, siehst du was? Was geht Lenni? Ich guck dir gerade zu. Du esst gerade Kernen und Chips. Und was ist mit Jay? Jay will auch was essen. Warte kurz, ich komme gleich. Lenni, 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 Lenni. Ich esse jetzt so einen Blumenkerne. Was guckst du an, ne? Spotschbop? Was guckst du an, Lenni? Was guckst du an? Du fährst den Föhnen. Und warum Gruppenkeile? Keine Ahnung, das ist doch gekommen. Okay, geht's vom Brüssel. Hadi, ja, bereit. Ja, mach ich. Ey, wenn ich jetzt 2.500 Dinger habe, das wäre so geil, dann kann ich mir Level kaufen einfach. Du fährst den Föhnen. Jetzt kann ich dich mit. Ja, mach ich. Du fährst den Föhnen. Bum, bum, bum. Bumm! Welche Division bist du im Mond? Vier. Auch vier Land? Oh, oh, oh. Ja, morgen, um einen Tag, ich klar. Es soll 100 Spielern sein. Ja, oh, los, bitte, du glaubst, ich könnte gut sein. Ja. Warum sehe ich jeden Tag? Ja, 99. Oh, Mut, was ist los? Ob du losst gerade? Minus 10 Amina. Wo soll mir landen? Wie landen? Retail, Catty oder Lazy? Ein von den drei, dann gibt es unnormal viele Gegner, die Lande. Lazy. Macaroni, Razy. Hey. Hä? Wie hast du dich im Fortnite so ganz offline gestellt? Ja, ich hab mich auf Auflage gestellt, weil gestern hatte ich unnormal Vollgeist Einladungen bekommen. Hast du Vollgeist? Äh, ich hatte mal, aber ich hab gelöscht. Warum? Wegen Gearbeit? Ja. Ja. Na, 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 na. Ich hab auch mal was gelöscht. Äh, Lego City an der Kamera. Ich hab das Game schon durchgespielt. Oh, na, Kili Guns! Ey. Der ist so Laune. Ich hab keine Waffen waren. Der ist hier, der ist hier. Da bin ich für dich. Ja. Ha, 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 ha. Ich hab das Wort mit auch. Das war automatisch. Ich brauch einfach nur eine Waffe. Mach du mal. Mach mal, guck mal. Nein, aber ich hab ein Lambo. Ich hab auch eine Pomme. Komm mal zu mir, wo ein geiles Lambo aussieht. Ich brauch gerade keinen Lambo. Lambo, 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 Lambo. Ist aber diese Lambo nicht fetten. Warum gibst du mir nicht diese Rede? Ich brauch die Rede um eine Mission. Geh mal zur Parkklasse. Oder so ein Ding, wo man packen kann. Die Parkstelle. Ich weiß nicht, wenn man nicht schwimmt. Ja, irgendwie. Nein, komm. Hier sind zwei Leute. Hier sind zwei Leute. Du bist slow? Ich kill die dann. Ich bin slow. Lambo, komm bei mir. Bleib bei mir. Die sind über uns. Die sind über mir. Die hirren sich. Lambo. Wo, ich denke ich, der ist nicht. Ich komm grad. Komm mal weg, bitte. Oh, Mann. Wo sind die? Wo sind sie? Ich weiß wo. Ich weiß auch nicht. Wo bewegen sie sich? Alle unter mir. Unter dir. Nicht, hast du auch so markiert? hast du auch so markiert die fußschritte nein ich hab's gesehen kleiner fässer weg der weg der will mich ficken genau was willst du tun wann? ne man kann mich ficken oder fixen hey fuck da ist einer das ist nur das 2 ich muss über den Mülltonnen nicht verstecken ich hab einen hp ok jetzt komm komm ja die finde ich nicht ja wir haben ein paar ich lade Kingston an ok ich hab gedacht das war der team der wo mich gekillt hat Kingston ja warum hat gestern mich Elias als Freund gelöscht ich hab dich angenommen ähm weiß nicht ich und Umut spiel ein bisschen fort und dann GTA ok Leute guck mal guck mal zu ganz früh ey ich bin Level 67 geworden Lenny guck mal meinen Tanz jetzt Lenny guck mal meinen Tanz bei Fortnite guck mal Lenny jetzt schickt mir noch Elias die Part jetzt schickt mir noch Elias die Part ich hab dich angenommen Elias Elias warum hast du mich als Freund gelöscht hab ich dich? ich hab dich gar nicht erzählt doch ich hab dich weil bei mir war gestern bug drin das kann ich nicht sagen ich hab dich mal gespielt dann auf einmal war dann mal okay okay ich hab's verstanden war drei freunde weg auch die geförter war bei mir weg ich habe dann ein stück wird unterstrich sieben sind und das war's kannst du bitte meine freundschaft kannst du meine dinge kannst mich bitte abonnieren kingston erst habe ich auch 20 oder 27 ich überhole das ist dann haben mich 3d abonniere oder zwei und jetzt hast du mich der abonniere die vielleicht so für zehn minuten und spielte geht um und bist du noch da ja ich habe ein guter mut und ich liebe dich ist sofort schon macht ja nicht so schreibt nö was für die vorteil ist nur ein sohn gs ich habe mir verschiedene lechner aufs freund elia zwei jose verheiratet dreckig er darf doch aus und kann sich immer leistet ja gibt mir die waffe ich habe seine mutter gefegt ich habe tausend vier punkte ich hab's ich habe recht weg silva lang respekt was bist du an ich hatte jetzt auch zwei küls oder eins ja da wo ich in der party eingeladen habe kannst du etwas schreiben oder um muss ich mal weiß ich will king ja hast du ready radar waschen Nee, aber ich hab allerdings Lebkuchen, wenn du gehst. Lebkuchen, Räger. Ja, hier den. Wo? Was hab ich denn hier noch alles? Lady? Was geht? Das ist sogar noch Biba. Biba sogar. Nein, Elias! Nein! Ihr spielt gescheit. Du siehst mal. Wenn nicht, dann. Unmut kannst du jetzt auch bereit gehen. Ja, mach es. Du machst einfach diesen Tanz, das du kaufst. Mach noch mal diesen Tanz von vorne. Mach! Ja. Ich bin aber trotzdem nicht. Fünf, vier, drei, 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 drei. Habe du bitte, Anno? Ah, ne, ich bin kein kleines Baby mehr. Hör doch, du kannst schon bitte. Chor doch, ich hab dich. Ich äckere, ich hab's gute. Dann danach kannst du essen. Du sagst, Anno, hör auf du sind, geh weg. Dass du satt bist. Möchtest du, äh, geh weg. Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? er hat das war er war das war immer zeit mal hast du das war ja habe ich mach ich hab nicht ausgewählt ich weiß ich hab's nicht ausgewählt lassen wir jetzt auf das war auch haben wir schmerz nenni was esst du die ganze zeit ich auch denn es schießen in die warte ist diese die er sich auch scheiße die app haben die ich bin angeschossen in der luft nein ich bin nicht gekinnt ich habe ein bogen lag bringt nichts ich habe eine andere waffe irgendeine irgendwann nur irgendeine das war macht man ja auch so eine andere waffe für mich ich habe nur eine scheiße war scheiße ich bin am 8 aber die wollen punkte da muss man was ich mit scheiß einer nach einer noch vergessen wenn mich nicht hinzugefügt einer ist da genocht die war doch hat geschrieben ich soll wieder zufüllen war es warum denn wenn sie ja erst andere checkt ist ich sagen wird es leichter soll es bringt nicht aber auch kassaden vergesstet keks der bleibt in diesem chat ich habe dich nur gekickt weil du im anderen chat warst die zehn minuten spielte das ist doch gar nicht jetzt geht es aber diese ich habe nicht gehört ich habe gesagt du bleibst zehn minuten in diesem chat schreiben können dass ich da die chat gehen soll ja so wie Ehrenmann Umut! Umut, ich kann dir bisher eine Muni geben, dann komm her. Oh wack, ich weiß, ich hab nur fünf Stunden gepennt. Von vier Uhr bis neun Uhr. Elias, schon wieder deine Nasen verstopft? Die Stunde, diese Zeit ist verstopft. Oh oh oh, du bist erkrankt! FBI auf Corona! Ne Elias? Du bist krank, du Punk! Eli, aber Kingston, das war aus Versehen, aber kannst du mich abonnieren, Kingston? Habe ich. Ehre. Ey, warum nur einer Ticks vom Schild? Zu umfällig, ich nehm' ja keine Ding mehr. Ich brauch' ein Bigi oder ein Mini. Minish oder Bigness? Eure Mann, warum? Ich geh' zum Militär. Ich spiel' zu GTA? Ja. Warte, wir zocken auch gleich GTA, germut? Ähm, aber Kingston, warum hast du geschrieben, Abo kannst du dann vergessen? Hast du das nur geschrieben, dass ich dich einladen soll? Ja. Ah, du Bezwinger, so wie ich das immer bei meiner Familie mache. Und bei Elias? Ja, kannst du aber schon vergessen. Ich petz die, ich petz jedes, ich petz das da. Und du hast kein Bein mehr oder ich krieg's jetzt auch lieber. Hast du Schrott mit Muni? Nein. Geh mir nach der Runde, äh, GTA. Können wir machen. Okay. Aber mach' dann aber alleine so zum Traum? Ja. Urmut. Urmut. Urmut da, Urmut. Ja, Papp Muni! Erden? Jaaa. Mein neuer Name ist für dich, Familie Bezwinger. Familie Bezwinger? Was ist das? Was ist das Kingston? Du hast das glücklich gekriegt sein von mir, ne? Genau, das mach' ich. Entweder ich krieg 30.500 oder Fieber, oder du kriegst John Cena. Das hat sich gereiht. Wenn mein Name ist, krieg's Cena. Das hat gereiht, aber du bist nicht ein Rampreiz. Du, oder? Scheu. Dinger. Halt den Mund? Du, klar, halt den Mund kriegst du nur? Halt den Mund, oder du Hund? Halt den Mund, du Hund. Das reibt sich. Halt den Mund, du Hund. Gell, Andy, das reibt sich. Halt den Mund, du Hund. Halt den Mund, du Hund. Halt dich doch. Was reibt auf Kotte? Was reibt auf Beinem? Was reibt auf Beinem? Chuck them. Was reibt auf Horoskop? Was reibt auf Statistik? Leck mal, was reibt auf Statistik? Und, oh Mut, wo bist du? Wo bist du? Ich komme rack. Ah! Ah! Wo bist du? Wo bist du jetzt auf Beinem? Wer da kommt auf Beinem? Wo hat er mir mit dem Glück da? Da, die. Der war der Karte. Ich war mal das. Der war der Karte. Der war der Karte. Da kann mich alles ein-erfüllen. Ich war mal der Karte. Alle, alle. ist doch egal ja 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 gestern muss ich dir doch ich muss den gegner ich muss den bock gekühen ein Rettung wach ist auch mal die Papagee die Gegner sind so laut zum Glück hab ich eine Pump-Samuel dabei ich komm grad Ah no, das ist die Kette Ich lef die Motorrad drin Oh, das kette den Ja, ich hab die Mischung gemacht Du hast Piss auf den Fünf harten Fliegen Motorrad Wie viele Metz hast du? Ich hab viel Von wo? Wo geht's noch? Ich hab nur die, die zusammen Lenni, seh ich was? Aber ja, die alle Leute so viel haus, alles was braus Oh, du denkst du so laut? Wir sind ein Habibzi Habibzi Wo meine Karte lagen? Habibzi Habibzi Sie bilden mich nicht Das ist Addition nach wo sie bericht Machen wir 58 68 Schreiten für alle Kamer In den Kamer Was machten Sie denn Spaß? Ja Kannst du aber für mich eine Kamer Welcher bist du denn? 68 gerade geworden Kriegst du denn die Spaß im Ding? Umut Was kann ich? Komm auf meine Scheiße Umut, kannst du bitte zu Lazy mich holen? Sie sagt Ficksohn Hk-Heh-Heh-Heh Vakma Sein lebes Da wa Ha Da 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 Juh Ich Mama Ba- feet Ba- wa Ba- Fe Fe Schein, Schein! Pass auf Womp! Hier ist das, ja, die ist nicht nur Waffe, ey. Juhu! Hier ist nicht nur Waffe, ey. Ist der hier, Digga? Ach, Juge! Ich hab... Ja, lol! Ich weiß immer, dass mir ein normaler Ausbilder... Der für Gold ist gar... Ey, komm! So, der ist super zu schnell. Ey, kill ihn aus! Warte, der ist zu los! Wenn er einen Spaß hat, kann ich dann nicht gehen. Elbe! Aber dann kannst du bitte mir die Scar geben oder die Spaß? Äh, ja. Na, das ist so lootgeil! Hol mich bitte abladen! Ich hab mit dir gespielt, ganz normal. Der hat kein PS Plus mehr! Er hat kein PS Plus mehr! Er kann nur Plains-Soviet-Zocken machen! Er kann nur Plains-Soviet-Zocken machen! Ja, ich weiß aber, ähm, Ding... Äh, ja. Die haben... Davor, da... Kriege ich da die Scouts? Da haben wir... Da geht... Ich hatte... Ne... 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 Grüne Töyfler-Pam. Meiner... Dann liegt Ens jour. nicht wahrst du sagst du hast du hast schon die stadt aber natürlich muss er damit haben spielen und alle erinnern was wirklich er umführt was kriegst du eine waffe Danke Edelmann, er gibt mir einfach die goldene Skarkings, ne? Das du noches nie im fucking Leben machen würdest. Ich komm gleich. Romo, du killst einfach Leute. Oh Mut, wie viele Punkte hast du? Ähm, 1488. 1114, du bist bald Division 5. Ich bin nur noch 22. Kannst du bitte mich holen? Also nur noch. Ja Habiba, Habiba, Habiba. Elias? Ja? Darfst du wieder reden, ne? Ja. Gib mir die gold, kass, 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 kass. Mit Munich? Irma, Irma, Irma. Lass holen. Und dann immer man landen. Dann schock immer mansen landen. Ja Habiba, Habiba, Habiba. Wir machen den Sieg lang. Du brauchst aber ein Sturmgewehr, Neuro-Mode. Ja. Ich guck für dich ein Sturmgewehr. Bei Retail Volkens. Krieg ich keine Gesundheit? Gesundheit. 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 Danke, Lam. War das gerade Schüttel, wo ich gesehen hab? Ne. Woll ich wieder so wie gestern niesen? Mach, ich hab nicht gehört, aber mach. Geh mal, wenn's rollig wäre. Geh mal, geh mal. Oh, ne, wenn ich einmal niesen, ich taus mal niesen. Oh, du warte ich mich auf. Unten hab ich ja eine Bootsie gebaut. Ja, die anderen Reißiger. Äh, wie heißt ein Freund von Pirat? Der Sprite. Na, wie der Sprite, der einen Reißiger. Krieg ich, äh, die, äh, für 90? Oh, egal, egal, egal. Okay, gut. Ich kill den anderen Gegner dann, okay? Da krieg ich das, hier. Ja, wir machen den Sieg lang. Hier ist ein Schlumgewehr. Digga, ich hab acht Kills. Ich hab null Kills. Geil. Ey, er reißet zum, äh. Krieg ich hier unten eine Waffe. Was würden wir jetzt nix jetzt sagen? Warte, hier, wir kannst du haben. Ich hab aber blockieren, der noch klein ist. Gib mir einfach zwei goldene Waffen, der, äh, um. Der ist so ein Ehrenmann, Wallah. Wallah, wir machen den Sieg für dich. Wollah, wir machen den Sieg für dich. Komm, und. Ja, ach, küsst auch, wenn's kein Sieg wird. Schau mal, es ist wichtig. Weil, guck mal! Ich kann nur heute die Division 6 werden. Einer wurde wiederbelebt. Ja, egal. Schick hier. Ey, hat sich so markiert, wenn du die, äh, Fußschritten siehst. Äh, ja, ich weiß, wie das geht, aber ich mach das nicht. Ich hab's gemacht. Äh, Dings, möchtest du mit? Nee, alles okay, ich hab' genüge. Ich hab' über 400 oder 300. Die Gegner bauen dich tot, die machen den Sky, bis sie haben wollen. Wir bauen die Skyfake, bis die Badefake-Wolken. Äh. Brauchst du ein Sturmgewehr? Was? Brauchst du ein Sturmgewehr? Äh, ja, ich hab' jetzt, äh, ich hab' jetzt auch einen, äh, Lina-Risgar. Einer kommt mit Seilrutsche! Ja, ich hab' alles ganz schnell gemacht. Das wird halt mal nicht. Ihr kommt für mich dann mit Seilrutschen lang. Auf die Hand auf der Seite hier. ńschleid. Ja, sure, ich hab' eh, Spaß und äh, Spy avant. SPAASS! Faaaaaah, A dedi. So, komm' Loan. Ne, flew the way. Aff development, die Beat된. Wer ist denn with my judgmental? Sie healen sich. Ich hab einen! Geil, hier ist eine Lia, eskafe dich! Ich hab schon einen, ne? Digga, ich hab einfach neun Kills! Ich hab einfach neun Kill! Ich hab von überall! Ich hab von überall 500! Ja, ich weiß warum! Weil er Top 18 ist, oder was? Der hat hits, der hat hits der da! Ich brauch healing! Nee, ich geh ihn jetzt frischen, der geil! Oh, Moch, welches Level bist du? Hoches Level, eh! Er hat aber Kicks, er hat 117! Ich hab noch einen! Er hat Level 117! Okay, dann liegt ein Erden-Sport-Leveling! Boah, ich hab elf Kills in die Arena, geil! Oha, wie schlau, wir machen den Sieg! Lenny, guck uns zu! Wir machen den Sieg! Oha, Top 3, 30 Punkte lang! Jaaa! Guck mal! Erden! Jaaa! Hast du Golfschläger geschenkt bekommen? Nein, ich hab dann doch so bekommen von irgendwas! Ich weiß es nicht mehr! Lange Zeit! Wer ist denn? 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 Wir haben die Woche wieder, oder? Ich hab einen Banküberfall gemacht und dann habe ich das bekommen und die Brettstange! Ich denke ich auch, weil ich hatte auch Banküberfall gemacht! Ey! Nur noch die letzten 3! Jaaa! Wenn nicht die Hohle habe ich 40 Kills! Bruno, mein Rekord ist 17! Da ist eine Bop! Oh, meine Rekord ist fast 30! Ah ne, die hat eine schlechte Bop, aber ich will sie trotzdem killen! Oh, diese gold Schmäher! Ich hab zwei geschenkt! Ich hab sie gekillt, ich hab sie gefickt! Gefixt! Ja, hab ihn mir, hab ihn mir! Oh, Alter! Kennst du dir das schon? Wie schmierst du denn lauf von Eltern? Ey, nur noch, nur noch der letzte Gegner! Bei mir, bei mir! Darf dich killen, Bro, wenn du Ihre hast! Aber der ist bei mir, der greift mich ganz ab. Ich hab die Letzen gekillt! Ja, Mann! Ey, Lenny, epischen Sieg! Epischer Sieg, Clan! Keine Gesundheit! 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 Ich mach' ein Proto jetzt! Für meine, äh... Für meine Zuschauer-Samm!